Wir stehen entspannt mit leicht gebrückten Knien, die Schultern sind gelöst, der Atem fließt frei in den Bauch. Die Aufmerksamkeit ist im unteren Dantien. Von dort aus lenken wir unsere Aufmerksamkeit vorn abwärts und auf der Körperrückseite aufwärts die Wirbelsäule hinauf bis zu den Schulterblättern, die Arme hinab bis zu den Argumpunkten in der Handinnenfläche. Die Handinnenflächen drehen sich nach außen. Wir heben die Arme und sammeln in unserer Vorstellung all die Energie ein, die uns umgibt. Wir nehmen diese frische Energie über unseren Scheitelpunkt auf und führen sie mit unseren Händen abwärts durch den Körper bis zum unteren Dantien. Von hier aus leiten wir verbrauchtes Chi über die Beine und die Quellpunkte in den Füßen in den Boden ab. Diesen Bewegungsablauf üben wir im eigenen Rhythmus beliebig oft. Die Übung ist nicht an den Atem gekoppelt. Der Atem fließt im eigenen natürlichen Rhythmus frei in den Bauch. Wir nehmen frische Energie auf, führen sie durch unseren Körper, reinigen ihn, beleben ihn und führen verbrauchte Energie über die Beine und die Füße in den Boden ab. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Beim letzten Durchgang sammeln wir das frische Qi im unteren Dantian und bleiben einige Atemzüge mit der Aufmerksamkeit dort. Unsere Handinnenflächen zagen dabei auf unser unteres Dantian. Dann lösen wir uns von dieser Vorstellung, senken unsere Hände und kommen mit unserer Aufmerksamkeit langsam wieder nach außen. Untertitelung des ZDF, 2020